Ich befinde mich hier auf dem YouTube-Kanal GAMY45 und wenn man auf die Abos guckt, fällt ein Name ganz besonders auf. Da, hier steht Comedy Powerfuchs und hier ist auch drauf mein Gesicht. Das ist mein Alter-Name, bevor ich mich umbenannt habe, den Entertainment Powerfuchs und ich muss sagen, erstens schmeichelhaft, dass er sich nach mir benannt hat, aber ich möchte andernfalls auch sagen, das bin nicht ich. Es gibt nur einen Powerfuchs und der heißt jetzt Entertainment Powerfuchs. Also ja, das bin nicht ich, sondern jemand anderes.